ich wollte mal ein video noch machen für euch gerade jetzt in diesen heftigen zeiten also ich habe heute nacht wirklich fast kein auge zugetan es war so eine starke energie ich habe es in meinem ganzen körper gespürt es hat irgendwie die ganze zeit vibriert und ich habe zwar eigentlich schon ganz gut ausgeruht aber tiefschlaf an tiefschlaf war heute nacht wirklich nicht zu denken also es ist im moment eine super super hohe energie die wir dazu nützen können die alten sachen die uns nicht mehr dienlich sind loszulassen und das wisst ihr wahrscheinlich alle schon die hohen energien die die rufen uns ja die die rufen wieso kommt zu mir es fühlt sich schön an auch wenn sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen unbekannt anfühlt auch wenn es angst macht diese diese unbekannten gefühle die vor allem auch im körper entstehen insbesondere auch wenn man den blick nach außen wirft im moment aber ihr dürft wirklich anerkennen dass diese hohen energien für uns da sind die sind da um uns zu helfen zu transformieren in eine neue zeit in ein neues leben einzusteigen für uns individuell und auch als kollektiv als gesellschaft und da ist jetzt jeder gefordert im moment dieses alte bekannte loszulassen und sich komplett zu erneuern komplett frei zu machen und sich auf das neue um sich auf das neue einlassen zu können um neue visionen umzusetzen nach neuen bildern zu leben nach neuen gefühlen zu leben auf einem ganz neuen lebenslevel zu kommen und das ist nicht einfach weil unser körper auf unbekanntes ja bekanntlich mit dem flucht oder kampf mechanismus reagiert ja der will sich schützen der körper vor dem unbekannten weil er gelernt hat dass unbekanntes bedrohlich ist und wir müssen dem körper jetzt beibringen dass unbekanntes nicht bedrohlich ist sondern dass das was wir uns wünschen diese wunderbaren gefühle diese dieses schöne leben das noch da draußen ist dass das halt im unbekannten sein muss weil wenn es im bekannten wäre wären wir ja schon komplett im paradies sag ich mal da würden wir ja schon komplett sorglos leben da würden wir uns ja schon komplett wohl fühlen also geht es wirklich darum unserem körper beizubringen dass das was er nicht kennt das ist was er sich wünscht und da liegt die crux drin ja dieses alte bekannte loszulassen und warum das so so schwer ist ist eben einerseits weil der körper lieber im bekannten sag ich mal schmerzlichen unangenehmen wohnt schauen wo der hund ist da hinten da sitzt der kleine schwarze punkt hinter mir sitzt im schnee genau der körper wohnt lieber im unbekannten schmerz als dass er diesen bekannten schmerz einfach mal so pi mal daumen loslässt weil dieser schmerz der hat ja viele begründungen der dieser schmerz und die angst die den körper in der vergangenheit halten das war ja mal dienlich das war ja mal angebracht und jetzt im körper klar zu machen und jetzt unserem ganzen system klar zu machen dass dieses alte was mal dienlich war uns nicht mehr dienlich ist in der zukunft weil unsere zukunft wenn wir es lernen bedingungslos unser herz zu öffnen aus diesen hohen herzfrequenzen heraus unser leben zu leben und entscheidungen zu treffen und vor allem die welt zu sehen die welt zu beurteilen aus einem kompletten neuen ich heraus einer aus komplett neuen augen heraus mit einem komplett neuen weltbild mit einer komplett neuen ansicht meiner selbst und dass ich eben dieses alte falsche ich es ist falsch wir waren nie so eingeschränkt wir waren wir waren nie dafür gedacht unter all diesen bedingungen nur lieben zu dürfen wir waren nie dafür gedacht unter all diesen bedingungen ein bisschen fülle zu fühlen sondern wir waren gedacht dafür aus der absoluten fülle heraus zu schöpfen dafür sind wir gedacht das ist eine neue perspektive die perspektive mit der wir unterwegs sind die ist so eingeengt wann darfst du lieben wann darfst du freuen wann darfst du laut sein wann darfst du leise sein wann darfst du angst haben wann ist es angebracht umgebracht emotionen zu zeigen ja dafür gibt es alles regeln und es wird überall schön regelt und bestimmt und das ist alles eine flotte lüge du darfst zu jedem moment du selber sein dein wahres ich mit allen facetten du bist der raum in dem alles ist du bist der raum in dem liebe ist du bist der raum in dem angst ist du entscheidest was in deinem raum ist und je mehr du dein herz öffnest bist du der raum in dem die liebe ist und angst in liebe transformiert wird du bist der raum in dem alles sein darf wo alles platz hat bedingungslos und bewertungslos weil du weißt dass alles in liebe transformiert werden kann und diese ganzen kummer geschichten ja diese liebeskummer geschichten die uns ja auch so verletzt haben und uns dazu geführt haben unser herz zu verschließen ist eine bedingungsreihe nach der anderen wann darfst du wie wen lieben ja und genau solche sachen wenn du die immer noch glaubst und wenn du immer noch nach diesen bedingungen und regeln für dich lebst wird es nicht klappen dass du dein herz öffnest und dann wird es auch nicht klappen dass du in dieses tiefe sag ich mal gottvertrauen reingehst weil du immer wieder nach der erfüllung irgendwelcher bedingungen sucht um dieses herz zu öffnen und das ist damit gemeint bedingungslosigkeit einer der allergrößten schmerzen in bezug auf liebeskummer warum wir so alte stories und alte verletzungen nicht loslassen können ist einfach weil wir immer geglaubt haben dass wenn von einem ort keine liebe zu uns kommt dass wir diesem ort dieser person dieser situation dieser emotion auch keine liebe geben dürfen auch keine aufmerksamkeit auch keine anerkennung und im rückschluss hat es für uns ganz klar geheißen dass wir keine anerkennung bekommen dürfen wenn wir diese ganzen bedingungen nicht erfüllen die da draußen herrschen und der einzige weg ist diese bedingungen zu erkennen die uns noch einschränken und sie dann einfach als lügen zu entlarven und zu sagen danach lebe ich nicht wenn ich der raum bin wenn ich die liebe bin wenn ich das alles bin was liebe ist und liebe alles ist was ist dann darf ich lieben jeden moment darf ich mit offenem herzen durch die gegend laufen jeden moment ich muss mich nicht von der liebe abschneiden indem ich mir verbiete irgendeine situation einen eine person ein objekt oder eine ein ereignis tatsächlich zu lieben und so transformieren wir indem wir erkennen wo die liebe ist und wo ich mich davon abgetrennt habe und diese trennung aufhebe und das ist dann dieses sogenannte wir sind alles 1 wir sind alle 1 wenn wir erkennen dass alles liebe ist dass wir der raum der liebe sind der raum der liebenden schöpfung und eben alles sein darf wie es ist weil alles aus der liebe entspringt auch wenn es im moment nicht gesehen werden kann als liebe ja wie kann leid und angst und verzweiflung und sorge als liebe gesehen werden indem du es als trennung durch bedingungen von liebe siehst schau mal wenn hier angst und leid und sorge ist und hier ist einfach reine pure liebe dann ist hier dazwischen etwas was dein kopf kreiert hat was diese bewertung erzeugt hat dass diese angst schlecht ist dass dieses leid schlecht ist dass diese sorge schlecht ist und wenn du das in diese wahre liebe transformieren kannst mehr und mehr und mehr für dich dann wirst du eben auch frei von diesen dann kannst du loslassen dann kannst du dieses zeug loslassen weil du die flotte missinterpretation die flotte falsche ansicht dieser ganzen situation erkennst plötzlich die wahrheit in dieser situation in wahrer klare liebe erkennst und wenn du in dem moment wo du das erkennst transformiert sich diese energie und du spürst es auch in deinem körper es ist einfach unausweichlich dass du auch deine sichtweise deine perspektive transformiert weil sonst spulst du immer wieder zurück sonst kannst du diese situation nicht loslassen dann kommt eine andere ähnliche situation daher die dir wieder leid gibt die der liebe wieder kummer gibt und die energie ist wieder da ja die energie ist wieder da aber die energie kann auch wieder gehen ja du entscheidest mit welcher energie du verbunden bist in welcher energie du lebst jeden einzelnen moment und das ist eine disziplin neville goddard nennt es gedanken diät vor allem ja weil der gedanke lenkt deine aufmerksamkeit und der gedanke erschafft deine deine bewertung und deswegen ist es so wichtig diese gedanken klarheit für dich zu haben und immer wieder in diese diät rein zu gehen und zu sagen welchen gedanken will ich konsumieren welches gefühl welches welche energie damit verbunden ist welche ansicht damit verbunden ist du entscheidest jeden moment und das wollte ich dir mitgeben weil heute ist ja ein ganz ganz wichtiger tag für die welt und es ist wichtig dass wir schauen dass wir wirklich hier mit arbeiten alles zu transformieren in liebe auch wenn da draußen jetzt gerade terror angst und alles mögliche geschürt wird dass wir dahinter schauen und sehen wo mit wie viel liebe wir in die freiheit geschubst werden wie mit wie viel liebe wir in unser wahres sein geschubst werden mit wie viel liebe wir daran erinnert werden wer wir wirklich wirklich sind und was wir daraus machen können hier auf diesem planeten wenn wir unser wahres sein mehr und mehr leben ja ich hoffe dir hat es geholfen hallo manuela ich hoffe ich hoffe das hat dich wieder inspiriert ein bisschen in diesen tag gekickt und all die die informationen wieder relativiert und ich freue mich auf alle die ich dann morgen abend um 20 go in die main money treffe weil wir machen einfach das geld heilig und werden wir das geld heilig machen 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 wir alle nicht heiligen nicht göttlichen energien eben auch zu der göttlichen wahrheit und das ist eine reise von zwei monaten und wer noch einsteigen möchte und gerne in dieser community mitreisen möchte und sich selbst wirklich entfalten will immer mehr und mehr dieses falsche ich das uns übergestülpt worden ist über generationen und aber generationen hinweg abzulegen und in dieses freie göttliche ich zu steigen dann bist du richtig bei uns dann komm mit melde dich an my well feeling punkt kam unter coaching und mentoring findest du das programm die beiden mani und morgen bist du schon dabei wenn du dich angemeldet hast wenn du fragen hast schreiben wir einfach über messenger ich beantworte sie ganz schnell also happy happy day ich hoffe ihr habt auch so viel sonne und kann das genießen alles ist gut alles ist bestens wir sind auf dem am anfang einer grandiosen reise die mit einem tempo starten wird auf dass wir uns wirklich einlassen dürfen also tschüss tschüss ihr lieben ich drehe mal hier noch um dann seht ihr wie wie mein hundelein hier badet im see ist das nicht ein schönes bild herrlich und sie genießt genießt es da drin und ja ein wunder wunderschöner tag alles liebe bis bald